hallo leute heute mal wieder zu einer runde minecraft und ich bin heute masterbuilders ich hoffe ich tue mich gut schlagen wenn nicht dann nicht aber ich mache das beste drauf und das geht los und was wird's denn hoffentlich kann ich es nicht der beste in englisch genau wir sehen uns gleich wieder okay ich habe es schnell gegoogelt das ist gefängnis das ist okay dann nehmen wir einfach mal hier das signal kann man jetzt für die betonbrücke nutzen und das sind wir noch raus jetzt sind wir noch raus ähm dann müssen wir eben diesen stein nehmen ok 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 So, haben wir auch langsam durchs Licht bekommen. Na guck mal, meins, was war am Wetten, das meins als erstes kommt, dass ich sage, ja, das kommt meins als erstes, sag ich jetzt so, irgendwie sehr oft, ja, klar, das ist immer so. Äh, der hat zu groß angefangen, aber es wäre gut geworden, also ich denke, meh. Und, meh, sind die fertig geworden? Hm, ey, ja, meh. Der Spider-Man gibt nur, gibt nur Rot. Gut. Gut, gut. Alter, das Wetter. Äh, nein. Ich sehe da nicht, was hier ein Gefängnis sein soll. Ja. Deswegen meiser Beding. Kein. Ist nicht explodiert. Schuhe. Meiser Beding. School. Der kriegt mein, ähm, everything is awesome. Das Datenrecht. Ja, ist nicht explodiert. Geil, du. Äh, ja. Meiser Beding. Na gut, wir geben ihm ein, ist ok, weil es sieht nach Gefängnis aus, er wollte es auch machen, das ist mein eigenem Konter, bei ihm ging es ja, aber wir wollen ja nicht, so gut das ist, gut, cool, aber nee, amazing, nee, gut reicht, wir wollen uns ja noch gut dastehen lassen Oh, ich bin gar nicht so schlecht, ok, dann werden wir uns gleich wieder in der nächsten Runde So Leute, jetzt machen wir in der nächsten Runde, Pixel Art, also ähm, Pixel, 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 Kunstwerk, Pixel, ok, dann machen wir mal einfach Probieren wir mal hier ein Grasblock nachzuhören Grasblock 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 16 17 18 19 18 19 20 21 19 Wir müssen uns ein bisschen vorpushen. Hm, meh. Schreck, also Schreck. Oh Gott, es ist nicht einfach sowas nachzumachen, aber ja. Der hat es richtig schwer gehabt. Das ist okay. Oh Gott. 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 Oh Gott.